Mit der Nummer 18 haben wir einen Lars Bayer zur Hörstel, der fährt Woll, TDI, der einzige Diesel im Feld, der hier mitgerüstet. Heute fährt er noch viel mehr mit. In der Hohenheit haben wir den zufrieden an Klöder, Ford Escort und Tim Fahre mit der Nummer 1. Ja, der Bubel hat das ganz gut hingekriegt. Komm, Lars! Der fährt erst mal vorne. So, einer ist schon ausgefallen, aber Herr Kutz und Meier, der ist hier noch in Führung. Aber Lutz Heizer sitzt dran. Und auch Lars Bayer zur Hörstel mit seinem Wiefel, nicht zu unterschätzen. Drehmoment ist auf Acker kein Aber, glaube. Der hat mit seinem kleinen Golfwiesel hier schon manches Rennen spannend gemacht. Außerdem hat der Junge auch den richtigen Riecher für den Acker, was ein Informatiker alles fertig kriegt. Aber hier ist noch nichts entschieden. Und da könnte es schon passieren, Lutz Heizer sitzt dran. Wenn der Bubel einmal auch nicht aufpasst, einen Lenkfehler einmal aus der Kurve geschubst, dann kann es eigentlich schon bitter erlischen. Komm, Jörg! Ich glaube, dass der Wagen von Lutz Heizer konkurrenzfähig wäre. Der kann vorbei. Wer in die Lücke lässt... Man muss einen Ruhl zettelnden, aber wir wollen rein. Man muss den Ruhl zettelnden, dann wird das wohl rein. Sie werden nicht mehr aufpassen. Also hat der Wagen von Lutz Heizer gewählt, das wir brauchen. Das ist jetzt ein Ruhlzeiten noch. Knappes Koffer an Koffrennen. Probieren wir auch an Führung. Nur teilt sich da dran. Das wird hier noch richtig spannend. Alle noch im engsten Raum. Auch in der letzten Runde. Ich sehe noch alles möglich. Nein. So, das hat geklappt. Zweiter Sieg für das Motorradteam. Zweiter Wittlutz-Zeit. Dritter, lass mal zu höchste. Mit der Nummer 28. Kommt nach Debert rein. Schnell das Auto unterwegs. Und hier mit der Nummer 13 haben wir den Jörg Schneider.